Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal in der Vlog-Variante. Denn ich glaube, man kann im Hintergrund schon sehr gut das Chaos so ein bisschen erkennen. Und in meinem letzten Video zu den Haushaltsfavoriten, das kann ich euch hier oben mal verlinken, da habe ich euch gefragt, ob ich euch mitnehmen soll durch meine Putzroutine. Okay, Puschi fängt schon an zu putzen. Sehr fein, machst du das, mein Schatz. Supi. Und da heute Freitag ist und ich freitags immer meinen kompletten Haushalt auf Vordermann bringe, dachte ich mir, ich schmeiße die Kamera an und filme euch das ein bisschen. Ich habe mir was Bequemes angezogen, die Haare zusammengebunden und ja, dann geht es jetzt quasi los einkaufen. Waren wir schon, den Einkauf habe ich ausgepackt. Und wir waren auch auf dem Markt und haben frische Sachen vom Markt gekauft. Und ja, dann werde ich die Kamera gleich aufstellen und dann machen wir gemeinsam unseren, also meinen Haushalt machen wir heute mal gemeinsam. Das gehört ja zwar nicht zum Video, aber ich muss euch das unbedingt zeigen. Ich habe richtig schöne Blumen auf dem Markt gekauft und Obst und Gemüse haben wir mitgenommen. Und natürlich hier in solchen Säckchen, die gibt es übrigens günstig bei Lidl. Die kosten 49 Cent und da sind zwei so eine Säckchen drin. Und weil der Dame vom Markt was umgeplumpst ist, also so ein, wie nennt sich das? So ein Tischchen, wo sie einfach ihr Obst drauf hatte, hat sie, also das ist umgeplumpst. Und Benjamin hat ihr geholfen, das alles wieder aufzusuchen, aufzurappeln. Und dann hat sie uns noch zwei Orangen mitgegeben als Dankeschön. Und sie hat sich gefühlt hundertmal dafür bedankt, dass Benjamin ihr geholfen hat. Ja, das würde ich euch nur kurz zeigen. Achso, und bevor man fragt, also Benjamin hat natürlich hier auch sein Aufgabengebiet, das ist die Küche. Aber da ich am Freitag immer alleine putze und ich halt meinen eigenen Standard habe, möchte ich auch nicht, dass da Benjamin irgendwie irgendwo putzt. Deswegen mache ich einmal die Woche das auch alleine selbstständig. Ansonsten macht Benjamin immer die Küche und hilft mir natürlich und greift mir unter die Arme. Aber einmal die Woche, hallo Fokus, mache ich es einfach selbst, weil er das nicht so gut kann wie ich. Deswegen mache ich es alleine. So, ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich nicht wirklich ein System habe, wo ich anfange. Ich fange eigentlich immer im größten Raum an. Und das wäre quasi Wohnzimmer bzw. Küche. Ich zeige euch gleich mal das ganze Chaos. Das ist natürlich jetzt ein bisschen chaotischer, als es sonst wäre, weil gestern war Feiertag und da haben Benjamin und ich mal nichts gemacht. Ich war da noch drüben bei meiner Mama und einfach mal alle Viere von sich gestreckt. Deswegen sieht es jetzt gerade ein bisschen chaotisch aus. Aber ich bin mal so ehrlich und so frei und zeige euch das mal. Ja, wahrscheinlich wird das jetzt so richtig, richtig schlimm. Also passt auf. Hier unten steht mein Müll. Aber den habe ich nämlich einmal ausgewaschen. Da kommen jetzt gleich neue Mülltüten rein. Da steht noch der Müll vom Markt. Der kommt gleich weg. Die Säckchen, die wollte ich nämlich auch mal in die Wäsche machen. Hier sind noch die Tomaten drin. Aber schaut mal, wie schön die Obstschale aussieht. Das ist richtig, richtig lecker aus. So, hier unten liegt lauter Katzenfutter rum, aber das sieht immer so aus. Also das mache ich wirklich jeden Tag da sauber und das sieht trotzdem so aus. Dann haben wir hier die Wäsche. Die muss ich auf jeden Fall abnehmen. Und jetzt kommen wir zum schlimmsten Raum. Also Raum nicht, aber Bereich. Oh Gott. Schaut euch bitte die Küche an. Das ist Chaospool. Hier liegen noch Sachen vom Einkauf rum, Katzenfutter. Ja, es ist eine Katastrophe. Um einen Raum kümmere ich mich übrigens nicht. Den werdet ihr hier nicht sehen. Das ist das Zimmer von Benjamin. Das Arbeitszimmer. Da gehe ich nicht rein. Das ist sein eigenes Bereich. Das hält er alleine. Sauber, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich gehe da wirklich nicht rein. Das macht er alles selbst. Also fangen wir erstmal an. Einen groben Überblick uns zu verschaffen. Und alles so ein bisschen zu notieren. Jetzt sieht es hier gleich ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt erstmal alles sauber gemacht von unserem Monsi. Und da fragen mich auch super viele, wie ich den finde. Der ist ja von Lidl. Also quasi das beste Dupe zu dem Thermomix. Und ich muss sagen, ich liebe den. Und wie man sieht, ich habe hier gestern drin gekocht. Also da gab es Hackbällchen mit Reis und Tomatensauce. Und die habe ich da drin gemacht. Und ich mache den immer sauber mit Watte. Mit solchen Edelstahl-Topfreinigern. Und das mache ich jetzt erstmal. Ich habe den eingeweicht gestern Abend. Das mache ich jetzt erstmal in das Klo. Und dann mache ich den einfach sauber mit solchen Topfreinigern. Und dann stelle ich das dann mit dazu. Und auf jeden Fall ist es jetzt erstmal ein bisschen ordentlicher. Jetzt gerade hier muss natürlich überall noch drüber geputzt werden. Aber die Spülmaschine ist eingeräumt. Die mache ich nachher an. Und ich hatte euch in meinem DM-Hall ja schon gesagt, dass wir eine neue Spülmaschine brauchen. Weil die irrsinnig laut ist und nicht mehr richtig funktioniert. Also demnächst muss eine neue Spülmaschine her. Und wenn ihr so eine kleine Spülmaschine habt, dann schreibt mir doch mal bitte, was ihr da für eine habt. Und die ist schon ein bisschen wasser älter. Also da muss auf jeden Fall eine neue her. Sowas hier gehört übrigens auch zu meinen täglichen Aufgaben. Wie so eine richtige Mutti muss ich immer das Spielzeug zusammensuchen. Von den Katzen. Von den Katzen, genau. Und dann wandert natürlich dieser Spielebogen. Der wird einmal komplett durchs Wohnzimmer geschleudert. Und auch das Tipi. Das muss ich nachher aber zusammenstecken, weil das schaffe ich jetzt hier mit einer Hand nicht so. Oh, Schatz, die macht es. Wenn ich sowas finde, kann ich euch das unten in der Infobox mal verlinken, wenn ich dran denke. Nee, Schatz, die kann das nicht. Hä, was denn? Das ist doch richtig so. Ja. Das sieht aber komisch aus, Schatz. Ja, ich bin doch noch nicht fertig. Hör mal. Wir hängen immer so Decken oder Laken immer so über die Türen. Natürlich sieht das jetzt nicht so schön aus, aber wenn ich weiß, dass heute oder morgen niemand hier zu uns nach Hause kommt, dann hänge ich das einfach hier rüber. Weil ansonsten ist ja so ein ganzer Wäscheständer schon damit belegt. Das habt ihr vielleicht in den einen oder anderen Vlogs schon mal gesehen. Das hängt bei mir immer über den Türen. Auch da hinten hängt eine Decke. Das nehme ich jetzt alles gleich ab und dann sieht es auch wieder gleich ganz anders aus. Ich habe noch nicht gewischt und noch nicht Staub oder so weggemacht, aber ein bisschen zusammengeräumt und es ist gleich viel ordentlicher. Was ich bei vielen gelesen habe, ist, dass die sich einen Timer sozusagen stellen. Also die stellen sich pro Zimmer fünf bis zehn Minuten einen Timer und wenn der abgelaufen ist, dann müssen sie halt quasi das Zimmer wechseln. Aber das ist für mich nur purer Stress und überhaupt deswegen mache ich das nicht. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das so macht. Ich mag das nicht. Ich putze einfach viel zu gerne und mag das. Deswegen mache ich einfach so, wie ich es gerne möchte. Auf jeden Fall räume ich erstmal grob alles zusammen, räume erstmal alles auf. Das habe ich jetzt auch hier gemacht. Im Großen und Ganzen ist es jetzt hier einmal ordentlich und sauber. So sieht es erstmal aus. Ist auf jeden Fall ein Unterschied zu vorher. Auch die Küche. Der Kasten steht jetzt bloß noch rum. Da oben sind die neuen Katzennäpfe für nachher. Und ein Mikrofasertuch habe ich mir schon rausgesucht für gleich. Und jetzt würde ich einmal ins Badezimmer gehen. Hier vorne steht schon das Katzenstreu. Das Schlafzimmer wartet auch noch auf mich. Hier sind schlafende Katzen, ne? Okay, die Wäsche wartet noch. Der Wäscheständer muss noch untergebracht werden. Und da ich ja eh die Wäsche mache, habe ich alles erstmal hier beisammen. Und auch meinen Schminktisch muss ich ein bisschen aufräumen. Was ich immer mache, sind die Handtücher alle am Wochenende zu entsorgen. Denn da kommen dann immer frische Handtücher hin. Und auch die Badezimmermatten kommen einmal die Woche dann komplett weg. Saugen tue ich übrigens jeden Tag hier in der Wohnung. Und das Badezimmer wird auch jeden Tag einmal fresh gemacht. Außer die Handtücher fürs Gesicht, da nehme ich jeden Tag ein frisches. Ansonsten die lasse ich eine Woche und dann gehen die weg. Achtung, Chaos Pur. Jetzt suche ich erstmal meine ganzen Putzmittel raus. Das ist im Schnellvorgang für die Fenster. Ein Wischmob zum Wischen. Fensterreiniger, Topflocken. Damit wische ich gleich Staub auf dem Zeitbord und so. Für die Rohre. Ich werde jetzt aber den nehmen. Von Denk mit als Weckreiniger. Dann brauche ich auf jeden Fall was für die Glasplatten. Dann brauche ich das. Den Allzweckreiniger brauche ich nicht. Ich nehme erstmal den angefangenen Glasreiniger. Dann nehme ich mir noch einen. Dann habe ich drei so eine Mikrofasertücher. Rohrreiniger brauche ich das nämlich. Ich habe auch noch diese Swiffertücher. Die könnte ich jetzt auch benutzen. Weil die hatte ich gratis mit dabei. Bei meinem vorletzten DM-Einkauf. Die werde ich jetzt benutzen einfach. Werde ich in der Zwischenzeit den Robby hier wieder durchlaufen lassen. Das Ding benutze ich jetzt nicht, weil ich putze jetzt nicht die Fenster. Normalerweise mache ich das auch mit dem Kärcher. Den haben wir aber jetzt ausgeborgt. Und den lasse ich jetzt einmal durch die Wohnung laufen. Vor allem unter der Couch. Los geht's. Ne, andere Richtung. Äh. Super. Ich habe jetzt mal den Swiffer genommen, den ich wie gesagt kostenlos dabei hatte. Bei der letzten DM-Bestellung. Und normalerweise nehme ich den. Der ist von Kik. Und den kann man halt waschen und immer wieder benutzen. Aber ihr habt gesagt, man braucht den was ausschütteln. Und dann kann man den auch zwei, dreimal benutzen. Und weil ich gerade im Wohnzimmer bin. Ich werde immer gefragt, woher der Teppich ist. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. Der ist von Ebay. Sehr, sehr günstig. Den habe ich auch im Flur. Im Flur. Und ich glaube bei Benjamin im Zimmer ist der auch noch. Im Schlafzimmer habe ich andere. Aber die sind von Ebay. Der Tisch, der ist von Ikea. Die Couch, die ist von Porter. Der Esstisch, der ist glaube ich von Möbelboss. So wie die Stühle. Und meine ganzen Bilder sind von Desinio. Und das ist übrigens unser neues Bild. Das habe ich erst vor kurzem bestellt. Und mal ganz außergewöhnlich mit einem weißen Rahmen. Weil, wie ihr seht, die anderen Bilder, die sind alle mit einem schwarzen. Und der ist mit einem weißen Rahmen. Und das Bild hat auch eine ganz, ganz besondere Bedeutung für uns. Deswegen auch ein Löwe. Und hat einen sehr, sehr schönen Platz, wie ich finde. Wie gesagt, eine sehr, sehr persönliche und schöne Bedeutung hat dieses Bild. Und ich habe auch aktuell einen Rabattcode für euch. Den kann ich euch mal einblenden und auch in der Infobox verlinken. Freundlicherweise hat Desinio mir den zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr auch noch Bilder sucht, dann schaut ihr auf jeden Fall mal vorbei. Und ich habe zur Abwechslung auch mal meiner Mama neue Bilder bestellt. Die kann ich euch mal einblenden. Die hat sich ganz andere Bilder ausgesucht. Und hat sich gefreut wie ein Cola-Keks. Haben wir ihr Wohnzimmer auch ein bisschen auf Vordermann gebracht. Weil ich mir, wie gesagt, ein neues Bild für hier bestellt hatte. Und dann hatte ich drei Bilder für meine Mama mitbestellt. Und da ist ihr das Herz aufgegangen. Und mir natürlich auch. Also ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Und diese kleinen Pionkets, die ich da dran habe. Wo so kleine Teelichter drin sind. Die kann ich jetzt auch mit der Fernbedienung anmachen. Die sind auch von Ebay. Aber die gibt es auch bei Wisch. Aber da dauert der Versand ewig. Kann ich euch auch mal unten verlinken. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. So eine kleine Roomtour. Aber das wird halt immer gefragt. Ich habe mir jetzt einen Eimer gemacht. Und Wisch jetzt einmal überall nass drüber. Und auch trocken. Also gerade so in der Küche. Weil da habe ich es ja jetzt noch nicht gemacht. Sondern alles nur beiseite geräumt. Und das muss ich euch ja nicht filmen. Also einfach mit Allzweckreiniger gehe ich jetzt einmal kurz überall über die Flächen drüber. So, das Badezimmer ist jetzt auch einmal ready. Die Oberflächen sind geputzt. Das Klo an sich putze ich ja immer mit einem Zeber. Das kommt gleich weg. Und die anderen Oberflächen halt mit einem Mikrofasertuch. Jetzt werde ich gleich noch saugen. Und wischen. Aber das muss ich ja in den anderen Räumen auch. Hier ist es quasi am ordentlichsten. Hier ist alles ordentlich. Hier werde ich bloß noch mal mit dem Staubwede drüber gehen. So, einmal nachher. Das Bett kann ich jetzt nicht weiter ordentlich machen, weil mein kleines Kätzchen dann drin liegt. Ansonsten habe ich überall alles einmal sauber gemacht und abgewischt. Ja, das sieht leider so aus, wie es aussieht. Hier ist noch ein Verlosungspaket. Das muss man wegschicken. Die unten sind meine Zahnschienen. Da ist aufgebraucht. Deswegen sieht das nicht immer ganz so fresh aus. Aber ich muss sagen, ich finde diesen Staubwede mega, mega gut. Wirklich. Ich habe den schon zwischendurch einmal ausgeschüttet. Und ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist Staubsaugen und Wischen, weil man kann, kann man glaube ich mir die Kamera nicht sehen, aber der Boden ist halt sehr, sehr unschön. Deswegen werde ich jetzt mir einmal den Staubsauger rausholen. Und das hier werde ich erstmal absaugen und dann mit Laubarmwasser einfach abwischen, dass ich da nicht irgendwie mit Chemie an die Napfschalen irgendwie rangehe. Saugen werde ich jetzt mit meinem kabellosen Staubsauger. Da hatte ich mir ja den von Huber mal vor einiger Zeit gekauft. Auch den kann ich euch unten in der Infobox mal verlinken. Ich hoffe, ich denke daran überall. Den finde ich super, super gut. Wirklich. Der hat Power, Akkuleistung und für mich funktioniert der super. Allein schon wegen den Katzenhaaren. Hat verschiedene Aufsätze. Und ja, damit werde ich jetzt meine Bude einmal putzen. Also natürlich kommen jetzt nicht fünf Stunden mit der Akkuleistung hin, aber einmal komplett durchsaugen funktioniert. Und weswegen wir uns außerdem noch für einen kabellosen entschieden haben, einfach um auch den Balkon zu saugen, ohne dass ich überall immer umstecken muss. Ja, und da steht der Robby. Den werde ich auch gleich noch sauber machen, weil da hängt auch einiges an Scheiße auf jeden Fall dran. So sieht der aus. Im Schlafzimmer werde ich jetzt nicht saugen. Das mache ich dann heute Abend, wenn die Katzen aufgestanden sind. Denn das hassen die. Und da möchte ich sie jetzt irgendwie auch nicht verärgern. Deswegen werde ich hier nicht saugen. Nur grob mal drüberwischen. Den Rest mache ich dann heute Abend. Ich wechsle jetzt einmal den Aufsatz, sodass ich hier so an spezielle Ecken einfach herankomme. Neben dem Katzentower und so. Einmal alles fertig. Mittlerweile sind zweieinhalb Stunden vergangen. Ich habe jetzt alles Picobello in Ordnung gebracht. Man hätte natürlich hier und da noch ein bisschen mehr machen können. Aber das ist so das, was ich wirklich jede Woche mache. Mittlerweile wird es auch schon dunkel. Es ist halb fünf und ich habe um zwei, glaube ich, angefangen. Um, jetzt geht mein Handy an. 14 Uhr. Ja. Wie ihr gesehen habt, ich wische auf jeden Fall manuell. Ich habe aber einen Dampfbesen. Finde ich aber nicht so gut. Ich komme besser in die Ecken mit einem manuellen Wischer. Einfach ganz normal mit einem Wischmob. Und da habe ich einfach einen ganz günstigen aus einem Teddy Mac Guides. Oder sowas. Ich habe noch das Katzenklo gemacht. Das habe ich euch auch nicht gezeigt. Das ist so das, was ich täglich mache. Katzenklo, Toilette und Saugen. Außer gestern, weil gestern war, wie gesagt, Feiertag. Da habe ich nichts gemacht. Und ja, so sieht es erstmal aus. Jetzt werde ich mich hinsetzen. Meine Hände erstmal eincremen, weil durch dieses ständige Wasser und Chemikalien und Reinigungszeug sind die wirklich sehr, sehr trocken. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich zeige es euch nochmal kurz. So sieht es hier jetzt auf jeden Fall aus. Schon um einiges besser als vorhin. Der Umstieg noch was zu trinken. Hier ist alles super. Hier ist alles soweit fertig. Hier war ja alles in Ordnung. Hier habe ich bloß Staub gemischt. Das Katzenklo ist da in Ordnung. Die Toilette an sich. Und das Schlafzimmer ist in Ordnung. Ein bisschen fertig sehe ich aus, aber es reicht mir jetzt auch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Für dich gedrückt, eure Sandra. Tschüssi.